So, hier auf meinem YouTube-Kanal ein ganz kleines Plädoyer zum Thema Fit in den Frühling. Bis Ende Mai komplett kostenfrei Body-Mind-Improvement-Premium. So, was ist es? Body-Mind-Improvement bedeutet, wir verbessern den Körper, wir verbessern den Geist in 28 Tagen. Warum kann ich euch das so versprechen? Es ist variabel, es ist machbar, es ist für den absoluten Super-Einsteiger, genauso wie für den Athleten. Ihr braucht 0,0 Vorkenntnisse und ihr braucht eigentlich wirklich nur euer Körpergewicht und meistens haben wir davon genug. Genießt dieses kostenfreie Training bis Ende Mai und hier nochmal eine ganz schöne Nachricht. Alles, was wir drei Wochen am Stück durchziehen, wird zu einer Art Gewohnheit. Das heißt, danach werdet ihr die Übungen, ob Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Ballett, Freude, Mobilisation, Achtsamkeit, definitiv in euer Leben ganzheitlich integrieren. Denn Movement is Medicine. Ich freue mich auf euch.